Trotz Champagner und vielen fröhlichen Selfies. Äußerst depressive und trübe Stimmung auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Partystimmung sieht auf jeden Fall anders aus. Und damit herzlich willkommen zu diesem weiteren Video und hier auf meinem Kanal RussischeWeltTV. Ja, in den vergangenen Tagen hat sich ja wie jedes Jahr in München die Creme de la Creme sozusagen des Vereinigten Westens. Das gesamte antirussische Lager, angefangen mit Frau von der Leyen, Stoltenberg, Frau Baerbock, Herrn Scholz, Selenski natürlich und so weiter. Aber auch Leute wie sogar Svetlana Tikhanowska ja. Dann Julia Nawalny ja, die Frau von Nawalny, die, so wie ich es verstanden habe, zumindest gerade so in der Gegend war. Ja, und dann auch Leute, die man dort durchaus auch erwartet hätte. Aber auch wiederum Personen wie zum Beispiel ein Herr Karl Lauterbach oder hier diese reizenden jungen Damen, wo sich bestimmt viele Leute die Frage stellen, was haben die jetzt eigentlich großartig mit dem Thema Sicherheiten, dem Thema Militär zu tun. Gut, bei einer von diesen reizenden jungen Damen, da sehe ich schon ein gewisses Potenzial auf dem Schlagfeld. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn die Russen kommen, dass sie da die Russen aufhalten kann. Aber gut, das ist hier in dem Fall ein anderes Thema. Aber vielleicht wollten ja auch die jungen Damen bei all ihrem Feminismus auch mal zur Abwechslung mal wieder sich ein. Von den etwas härteren Jungs, in dem Fall von Militärangeln, die vielleicht ein bisschen mehr Testosteron im Blut haben, als jetzt Leute, beziehungsweise Männer, mit denen sie sonst so verkehren. Weiß ich nicht. Gut, natürlich konnten sie hier, wie gesagt, auch schöne Selfies machen und sich vor allem auch kostenlos einen hinter die Birne kippen und Garnelen fressen. Da kann ich sie in dieser Hinsicht durchaus auch verstehen. Dennoch konnte das schicke Hotel in München, das Saufgelage, das gute Essen nicht die Konfrontation mit der bitteren Realität übermalen und die damit verbundene depressive Stimmung, die natürlich nochmal durch die Meldung über die Flucht der ukrainischen Armee aus ab DFK nochmal zusätzlich sicherlich verstärkt wurde. Entsprechend bitter und ernüchternd ist auch die Bilanz, die verschiedene westliche Medien und auch verschiedene Politiker aus der Münchner Sicherheitskonferenz gezogen haben. Neben der vielen Medienberichte, die alle plus minus zum selben Schluss gekommen sind, hat sich auch der Außenminister von Litauen, der Herr Gabrielius Landsbergis, also auf Deutsch würde er wahrscheinlich heißen Gabriel Landsberg, dazu geäußert mit einem langen Tweet auf der Plattform X, der, wie ich finde, sehr gut die Stimmung in den Reihen der herrschenden Klasse des Westens widerspiegelt. Gut, auch hier ist wieder der Post von Herrn Landsbergis auf Englisch, der Originalpost. Ich werde hier wieder die automatisch generierte Übersetzung auf Deutsch vorlesen. Ich hoffe, dass es trotzdem inhaltlich mehr oder weniger rüberkommt. Und zwar schreibt er, während der Münchner Konferenz wurde ich gefragt, warum ich so düster bin, also warum er so düsterer Stimmung ist. Nun, jemand muss es so sagen, wie es ist. Also ist es so, die Dinge laufen nicht gut. Wer hätte das gedacht? Es ist eine gute Praxis, die Dinge ehrlich zu bewerten, bei aller Düsterkeit. Und wenn wir uns nicht wieder in Aktion setzen, wird es noch schlimmer. In der Ukraine, im übrigen Europa und möglicherweise weltweit. Der Ukraine fehlt es an Munition und sie ist gezwungen, sich zurückzuziehen. Europa steht vor Herausforderungen, die Artikel 5 auf die Probe stellen könnten. Und es kommt zu globaler Instabilität, weil Autokraten durch das Vorgehen Russlands und unsere vorsichtige Reaktion ermutigt werden. Das ist kein Pessimismus, das ist Fakt. Unbegründeter Optimismus ist eine Form der Selbsttäuschung. Er demobilisiert uns. Wie können wir die Öffentlichkeit davon überzeugen, mehr für die Verteidigung auszugeben, eine stärkere Haltung gegenüber Russland einzunehmen und die Länder an der Ostflanke zu unterstützen, wenn die Staats- und Regierungschefs nicht zugeben, dass ein dringender Bedarf besteht. Und wir müssen jetzt handeln, denn morgen könnte es zu spät sein. Hört sich ein bisschen an wie im Hollywood-Film. Wir brauchen einen Stoß, einen Ruck, einen Schock, um aufzuwachen. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Er ist noch lange nicht gewonnen. Der Feind ist sehr lebendig und unsere europäische Zukunft steht auf dem Spiel. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Westen in der Lage ist, der Ukraine zum Sieg in diesem Krieg zu verhelfen. Das ist ein Fakt. Es ist auch klar, dass Russlands Industriemacht dem Vereinigten Westen nicht gewachsen ist. Aber uns mangelt es nicht an Kapazitäten. Es mangelt uns an dem politischen Willen und der nötigen Dringlichkeit, um die Ukraine zu unterstützen und unsere kollektive Sicherheit aufrechtzuerhalten. Russland hingegen hat den Willen, die Ukraine zu zerstören und das russische Imperium wiederherzustellen. Wann werden wir anfangen, unsere Kapazitäten zu nutzen, um dies zu verhindern? Gegenwärtig sind wir für unseren Gegner ein offenes Buch. Klare rote Linien des Nicht-Engagements, Meinungsverschiedenheiten über die Fortsetzung der Hilfe und eine optimistische Blindheit gegenüber zunehmenden Risiken. Wir zeigen keine Dringlichkeit, unsere Bereitschaft zu erhöhen. Strategisch sollte es das Ziel sein, Putins Kalkulationen zu ändern. Stören Sie das Feld. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber es ist besser, Fehler zuzugeben und einen neuen Weg einzuschlagen, als sich auf leere Selbstbeweihräucherungen einzulassen. Also ja, ich komme etwas düster aus München zurück. Nun ja, also jeder Mensch hat ja unterschiedliche Mittel und Wege, mit Trauer und Depression umzugehen. Manche lassen ihren Gefühlen einfach freien Lauf und tragen sie nach außen, um sich dadurch besser zu fühlen, wie in diesem Fall der Herr Landsberg ist. Für andere wiederum wird es einfach alles zu viel und sie verfallen in eine extreme Hysterie. Wie zum Beispiel ein gewisser Herr Kiesewetter, der ja in letzter Zeit sowieso ordentlich am Rad dreht. Auch diesmal war er wieder die Krönung und hat, wie ich finde, wieder alles übertroffen. Es ist eine Frage des Ziels. Wollen wir, dass die Ukraine gewinnt und dass Russland das Existenzrecht all seiner Nachbarstaaten anerkennt, müssen wir deutlich mehr tun. Wollen wir, dass Russland nicht verliert und, äh, das wurde ja im Gegenteil, es läuft ja darauf hinaus, wollen wir, dass Russland nicht die Grenzen aufgezeigt wird, dann werden wir gemeinsam mit der Ukraine verlieren. Das hat auch Selenskyj sehr deutlich gemacht. Und der Kanzler wich wieder mal aus. Und Selenskyj hat es klar gesagt, wir haben die Wahl, wollen wir mit der Ukraine gewinnen oder mit ihr verlieren? Wir sind nicht auf dem Weg des Sieges. Nun, Scholz wird ja eine gewisse Putin-Nähe unterstellt und er entkräftet das auch nicht. Das heißt, er macht alles, um Putin zu gefallen. Und dies stimmt mich sehr nachdenklich, weil Baerbock und Pistorius bei ihm nicht durchdringen, wie auch viele im Bundestag bei ihm nicht durchdringen, weil er eine eigene Politik, einen Sonderweg mit Russland geht. Ja, also es ist ja völlig offensichtlich, meine Freunde, dass es für den Westen ja jetzt gerade alles andere als rosig läuft. Nicht umsonst ist die Jubelstimmung der vergangenen Monate, der vergangenen knapp zwei Jahre inzwischen komplett verflogen. Und stattdessen ist Weltuntergangsstimmung eingetreten in den Reihen dieser Leute. Und tatsächlich muss man sagen, dass ja ihre Welt, die sogenannte unipolare Welt, gerade vor ihren Augen untergeht und ihnen wird jetzt nichts anderes übrig bleiben, als sich damit abzufinden. Weil großartig daran etwas ändern können sie nicht mehr. Dieser Zug ist schon lange abgefahren. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.